Was wir sehen, Streifenfundament, Plattenfundament, Stütze. Ist das geil? Ist das geil? Stütze! Servus, hi, da ist der Peter. Heute zeige ich euch mit Abstand das mächtigste Attribut in Alplan, das ihr euch selbst kreieren könnt. Es geht dabei um ein Attribut, das eindeutig euch zeigt, welches Objekt mit diesem Attribut bestückt wurde. Der Vorteil daraus ist, ihr könnt dieses Attribut jederzeit in einem Beschriftungsbild, in einer Legende oder in einem Report auswerten oder auch in einem Formelattribut und sagen, wenn dieses Objekt eine Wand ist, gebt mir nur die Dicke aus. Wenn dieses Objekt eine Stütze ist, gebt mir die Dicke Breite aus. Wenn das ein Streifenfundament ist, Länge, Breite, Höhe. So ungefähr. Aber das könnt ihr ja nur, wenn das Attribut eindeutig ist und nicht bearbeitbar von den Kollegen ist. Ansonsten heißt das einmal Stahlbetonwand, einmal heißt das Wand, einmal heißt das Mauerwerk. Keine Ahnung. Wir wollen das umgehen und das machen wir wie folgt. Wir pausieren jetzt dann gleich dieses Video und holen uns das Notepad++. Das googelt ihr. Ladet es euch herunter. Ich verlinke es wahrscheinlich in der Beschreibung, hoffe ich mal. Und es ist kostenfrei, dauert keine Minute zum Installieren und mit dem Notepad programmieren wir uns jetzt dieses Attribut. Ihr werdet es sehen. Und wenn ihr gleich dabei seid, dann liked doch bitte einmal das Video, denn das ist jetzt wirklich ganz krasses, tiefes Expertenwissen. Ich gebe euch da wirklich einen Mehrwert, den garantiert 99% nicht zusammenbekommen würden. Und ich gebe euch da jetzt wirklich was mit, was eigentlich jeden einen Vorteil gibt, der dieses Attribut nutzt. So, jetzt labern wir mal nicht weiter. Wir fangen jetzt an. Ich gehe jetzt einfach an irgendeiner Wand hin, mache einen Rechtsklick. Attribute modifizieren. Hier erstmal schließen. An diese Wand wollen wir ein Attribut hinzufügen. Da habe ich schon mal getestet. Die lösche ich mal. Löschen nochmal. Wir machen das Plus auf. Wir haben hier Subgrade, meine benutzerdefinierten Attribute. Und hier möchte ich ein neues erstellen. Ein neues Attribut. Das nenne ich jetzt... Moment, was ich hier so einhabe ich. Dann nehmen wir hier die 6-1 Auto-Objekt. Eingabe... Nein, Formel. Wirft das Objekt zurück. Oder gibt... Wirft jetzt komisch. Gibt... Also... Gibt... Den Objekt zugewiesenen Namen zurück. Jetzt ist es auch schon... Was? Pausieren müssen wir kurz. So, jetzt bin ich zurück. Ich habe keine Ahnung, was ich vorher gelabert habe. Und weiß überhaupt nicht, ob ich jetzt einen roten Leitfaden noch drin habe. Allerdings, also... Ich hoffe, ich habe euch aufgeklärt. Ich will einen Objektnamen zurückgewiesen bekommen. Das machen wir mit einem Operator mit der if-Clausel. Da schreiben wir unterstrich if. Und dann gehen wir die Klammer auf. Und dann add object großgeschrieben. Add ist gleich 1. Dann Klammer zu. Anführungszeichen Wand. Anführungszeichen else. Und dann geht der ganze Rattenschwanz so weiter. Wir schreiben das bis zum geht nicht mehr. Für jedes Objekt hier rein. Denkste. Wenn wir jedes Objekt hier so beschreiben wollen, das sind über 300, dann schreiben wir uns an Wolf. Und wenn wir uns einmal vertippen, haben wir ein Problem. Aus diesem Grund, den Notepad++ runterladen, Kanal abonnieren und dann geht es weiter. Dann starten wir das Notepad++. Wir brauchen eine Datei, die ist in Allmenü unter Service, Windows Explorer, STD, Bürostandard erhältlich. Hier einmal die Taste O drücken und wir kommen hier auf das Object 000. Rechtsklick bitte einmal kopieren, damit wir nicht im Objekt selber was tätigen, sondern wir fügen uns das ein. Haben hier die Objektkopie. Die können wir jetzt mit Rechtsklick und dem Notepad öffnen. So schaut das Ganze dann aus und da werden wir unsere Formel erstellen für Altplan. Das heißt, Notepad hier rein. Ihr seht, hier sind alle Objekte aufgelistet mit der Kennungszahl. Allerdings müssen wir das Ganze erst einmal putzen und unsere Codierung dran helfen. Das ist aber ziemlich einfach. Wir löschen dazu einfach die ersten zwei Zeilen. Entfernen, nochmal entfernen. Dann gehen wir an diese Position von kurz vor der 1. Scrollen nach unten mit der Maus und drücken am Schluss die Alt-Taste, wenn wir fast ganz unten sind. Und gehen hier an diese erste Position, dass wir hier diese Spalten Backspace entfernen. Und schon ist das Ganze hier gelöscht. Hier jetzt auf die 308 nochmal kurz klicken, denn da ist einfach eine Zeile zu viel. Mit Backspace und dann sind wir beim Zugang. Wir scrollen nach oben und haben jetzt überall fünf Zeichen für die Zahl der Zuordnung und das Ergebnis, was herauskommen soll. Ich zeige euch aber jetzt kurz noch ein Problem, das wir natürlich auch lösen werden. Wir markieren das Ganze, kopieren hier, einfügen und jetzt haben wir nur eine Zeile. Also wenn ihr mehr über Beschriftungsbilder, Attribuierungen, Legenden oder sowas erfahren wollt, genau wie so einen spezifischen Bereich, dann tragt euch doch bitte ins nächste Seminar ein. Ich verlinke es in der Beschreibung. Dann kommt ihr auf die CS-Concept-Homepage, also den Alplanvertrieb und dort könnt ihr euch für so ein Seminar anmelden. Denn solch eine Kniffe wird euch kein anderer Mensch auf der Welt zeigen, denke ich mir einfach mal. Das behaupte ich jetzt einfach. Ist egal. Ich glaube wirklich, wer soll sich damit so beschäftigen? Gut, jetzt machen wir unser Makro fertig. So, dazu gehen wir an die erste Position mit unserem Cursor. Hier auf Aufzeichnung starten und jede Taste, die wir jetzt drücken, wird danach vervielfältigt. Coole Sache, oder? Aber dazu muss es eindeutig identifizierbar sein und wir beginnen. Unterstrich, IF, Unterstrich, Leerzeichen, Klammer auf, AD, OBJ, groß geschrieben, AD ist gleich, Leerzeichen, 1, 2, 3, 4, 5 mal, den Cursor nach rechts drücken. Shift, Klammer zu, einmal nach rechts, Shift, Anführungszeichen, Ende, Shift, Anführungszeichen, Leerzeichen, Unterstrich, I, L, S, E, Unterstrich, Leerzeichen, Entfernen. Makro stoppen, ich glaube wir sind richtig. IF, Object, Kontroll nochmal, Ansprung, bla bla bla, ok, stoppen. Jetzt Makro mehrfach ausführen, hier, bis zum Ende der Datei, wunderbar. Und lassen wir uns den Zauber genießen, hier unten sehen wir schon, wie es hier rattert, drrrr, die Länge wird immer länger, also 13.933 Länge haben wir uns gespart, innerhalb von wenigen Sekunden dieses Code gemacht. Wir schließen das Ganze, wir löschen noch das letzte L hier raus, gehen auf Shift, Position 1, Steuerung C, haben den ganzen Code hier, einmal einfügen, et voilà, das Attribut wird uns jetzt rausgeben, welches Objekt daran hängt. Und das in wenigen Minuten. Like n, nächstes Video anschauen, super cool und jetzt beweise ich euch noch, dass es geht. Autoobjekt, hier, Wand, cool, oder? Also, ich kann jetzt einfach dieses Objekt, dieses Attribut überall anhängen, juck, juck. Subgrade, Autoobjekt, wie gesagt, das stelle ich euch im neuesten Seminar vor, wie ihr das zusammenbekommt. Und jetzt schauen wir uns einfach mal das Objekt hier an. Gehen wir in die Eigenschaftspalette, können wir es hier sehen. Streifenfundament. Plattenfundament. Ich finde das Attribut nicht. Aber auch das ist möglich, ne? Stütze. Stütze. Ist das geil? Ist das geil? Stütze. Was haben wir hier? Holzbalken. Mal schauen, was er da macht. Auto in der Decke gezeichnet. Wunderbar. Ortbetondecke. Achso, diese Holzbalkendecke. Also, ihr seht, es funktioniert. Das Objekt haut automatisch das zurück, gibt automatisch das zurück, was es ist. Hier, Smartpart. Jetzt weiß ich, ist es ein Smartpart. Cool. Maßlinie. Schau mal, ob die Maßlinie auch verzeichnet ist. Da finde ich jetzt das Attribut nicht so schnell. Also, ihr seht, gigantisch großes Wissen, Erfahrung. Und mit dem Objekt seid ihr die Champions in Alplan. Jetzt wirklich liken, Abo dalassen, kommentieren, wie cool ihr das findet. Und benutzt es für alle eure Auswertungen, Beschriftungen, Legenden. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus. Euer Peter. Bis zum nächsten Mal.